Imster Schlucht, Österreich. Wir machen rafting. Es riecht schon nach Neopren. Es wird nicht nur rafting, sondern rafting Abenteuer. Hast du richtig Bock drauf? Yes! Die Imster Schlucht hat aber nicht nur wildes Rafting zu bieten, sondern auch richtig schöne Schwimmstrecken. Das war's für heute! Hier können allerlei Faxen gemacht werden, bevor es wieder abgeht ins Wildwasser. Hier können alle Faxen gemacht werden. Bis zum nächsten Mal.